Erstmal freuen wir uns. Ich glaube, es ist ein sehr interessantes Los, natürlich ein starker Gegner, aber wenn man sich den Lostopf angeschaut hat, wusste man, dass der Weg jetzt in die nächste Runde noch schwerer wird. Aber wir freuen uns erstmal darauf, nach Madrid zu reisen. Das klare Ziel ist es, gegen einen starken Gegner, der besonders in den K.O.-Spielen schon ein kleines Monster ist, das bezungen werden muss, das Spiel dann runterzubrechen mit einem guten Ergebnis auf das Heimspiel dann in Dortmund, um dann eine ähnlich magische Nacht zu erleben wie vor zwei Tagen. Ja, ein spannendes Los. Für uns war es vor allem wichtig, zunächst auswärts anzutreten und na klar, wir haben jetzt unter diesen acht Mannschaften, sind es eigentlich nur noch Top-Mannschaften. Aber mit Atletico haben wir eine gute Erfahrung. 2018 sind wir dort weitergekommen. Ich glaube, ein Los, das uns gut tut, ein Los, das auf Augenhöhe stattfindet. Und Atletico wird sich genauso Chancen machen. Also ich sehe zwei Mannschaften, die eine Runde weiterkommen wollen. Aber wir werden uns gut darauf vorbereiten und ich bin da sehr optimistisch.